jetzt haben wir elf holz wir brauchen 40 oder so für ein schwert der wahnsinn mit 40 holzkristen ganze dings dahin gebaut ja aber für ein schwert brauchst du dann genauso viel oh warte mal warte mal warte mal digga 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 komm mal ordne vor links ist dann nimmer die tomaten noch weil die kartoffeln halten noch ein bisschen du bist fähig mit essen was burnout ansehen wäre nun schon wieder nur wir hatten burnout ja sicher halt ihn noch von der arbeit ab die heute wir müssen arbeiten tomaten und so die leute zu zu quatschen die müssen arbeiten wenn du hier schon burnout gedönst hast und so ja wie ist so wir haben kein zeit für dich was macht ihr kobolde da hier ran an die boletten meine fressen erne ich könnte sowas von übers knie legen die da los heute noch könnte übers knie legen ich ist der letzte dachte sowas und gleich ist herbst dann sind die beiden alle tot dann sind es tot martin mein nur nicht so viel wie geht noch mitnehmen nene 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 und dann ja warte denn guck mal da ist ein neuer busch wir haben gerade noch ein bisschen reif das ist eigentlich gut das ist schön für schmerzen die kartoffeln ernten ja bitteschön ist auch was schönes jetzt können sie machen was ja blümchen blümchen sind blümchen sind ja guck mal da sind schon mehr tomaten siehst du mal mein sophie wie geht mitnehmen was macht ihr hier wieder baumwurde so schön nein tomaten die baumwurde ist übrigens auch gleich im arsch siehst du mal jetzt rennen sie alle wieder schlafen oder so und wenn es die ganze nacht dauert los jungs widels morgen sind sie schrott aber nein na gut also wo geht es blümchen pflanzen will und so ist auch nicht so hat mal gesagt blümchen für die damen und so wir hoffen hier kommen noch welche an irgendwann mal aber ich glaube ja ist also es sieht richtig gut aus so ja gut ja das fliegt ja schön fleißig wir brauchen ein bisschen was für den winter leute ein bisschen nicht viel bisschen und wenn ihr auf info ist ja wieder nicht vorbereitet auch im winter und so und das zieht schon aber jetzt nicht jetzt wusste ich und das gleich mal weg so wie kam bitte die tomaten auch noch rein nein man schaue schnaufen das ist ein bisschen müde alleine die restigen tomaten geflutzt und die anderen haben die pennt so dann gehst du jetzt auch mal schlafen du bist ja schon wieder hier stimmungsgedöseln und so und burnout und ach da schlaf du mal wir sind alle ja irgendwie im arsch ne also irgendwie ja ich meine man muss ja mal ranklotzen man muss ja doch ein bisschen mal ranklotzen damit man was für den winter hat sonst verhungern doch mit allem deswegen bin ich auch so ein bisschen streng grad mit denen und sagen hier nix ne vortäuschen und talala sonst wird hier rangepult ich meine es ja nur gut mit denen dass die nicht verhungern aber hey ich meine ja nur so gut ist so die letzten zwei tomatenpflanzen oder so was glaube ich zwei tomaten aber haben oder nicht haben man sieht ja wie schnell die sachen wieder weg sind wir haben ja schon zugekauft bis zum umfallen es ist jetzt herbst zack und jetzt seht ihr die tomaten sind im arsch so instant das ist so witzig so tomaten im arsch das sind die arsch-tomaten aber sowas die haben sowieso keine äppel aber ich muss mal gucken ob die da hinten noch haben geht relativ schnell dass die äppel wieder haben aber deswegen mussten wir jetzt auch relativ schnell die äppel aber ernten bevor wir ja keine mehr sind äh äh größerchen und dann noch ein paar paar kartoffeln kann ich mir reden und wirst du das jemals nicht wirklich ob ich habe immer so gut an als ob aber ansonsten nein sag mal ich liefst du jetzt im äh ach so der hat ja eine stimmengeschwankung sie hat ein bisschen vitamin d3 und so sie hat hier holz das kann sie auch machen eigentlich ist sie auch dafür zuständig holz kann man auch brauchen dann können wir nur braten und kram machen und sowas schicken wir jetzt sie wahrscheinlich mit kartoffeln kümmern ist gut er geht jetzt hin und rupft die tomaten wieder raus da ist sinnfrei ne wenn die im arsch sind dann sind die im arsch dann sind die im arsch so sieht es aus man muss ja jetzt nicht rollgruppen eigentlich sparen ich bin gut bei uns sieht man haben ja Okay, er ballert da hinten ein Dingsrum, hat Steine können auch gebrauchen hier, ne? Oh, Level 5, Bergbauer. Welchen Level will er werden? Ja, 5. Bergarbeiter, hat... Ne, Moment mal, du bist... So, okay, ja. Na, da reinten wir noch. Ja, gut, also auch, glaub ich, auch einen guten Weg, ne? 6 Bauarbeiter, äh, Bauer? Bauarbeiter. Das sind wir alle. Äh, nee, Bauern. Kann man da sagen, ne? Äh... Ach, in der Bäckerei kann da mittlerweile auch... Bei Meisterkern tragen. So, am Wax eben in der Bäckerei. Die's auch noch nicht gibt. Ich find da was schön so spielt. Find ja auch Tektopia von Minecraft richtig geil. Wo die NPCs auch arbeiten und so, und, äh, machen und tun. Das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Das ist richtig schön. Ich lasse軒 invoke heaven delete. Und... Das ist wichtig. Aber ich mich ziehe... Imなる willen nicht mit. Ach, wie, form me. Imiebenie... Abbekomme... Koppio... destructive ... på stolаются. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. qua grüß dich na wie geht es wichtig ja gut jetzt mal 88 sagen und futtern geht so wie zu klingeln so gut und jetzt nicht groß neue wünschen aber ja mal ein paar glücksschweinchen rumrennen wobei es ja nun wunsch ist das heißt dass es gut ist krank und noch auf arbeit nachher zum arzt was hast du denn husten schnupfen heißerkeit oder was fehlt dir wobei eigentlich auch total bekloppt ist nur hast du husten schnupfen heißerkeit was fehlt dir eigentlich fehlt einem sowas ja gar nicht ne also fragt der arzt auch mal was fehlt ihnen ja ich hab das und das und das hätte gefragt was ihm fehlt nicht was du hast muss was sagen vitamin d d 3 omega 3 hättest du so was ich bin gleich im angebot ah ja tschuldigung ich bin manchmal ne manchmal bin ich echt so wow hüttelfrost durchfall erbrechen extrem oh gott da kommt der pinsel stechschmerzen am rücken das ging aber gar nicht gut gut hüttelfrost und erbrechen das wäre eigentlich grippe ähnlich stechschmerzen im rücken also direkt im rücken oder daneben kann auch nieren oder so sein kommt auch dran wo und 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 also ne und dann bist du noch auf arbeit alter weg mit dir aber er muss halt zug fahren ne das ist halt dann ne ich bleib mal kurz raus ne da wo ich operiert war übernachtung okay ja aber ich meine nur wenn sitze lübeck okay ich meine nur dann ich weiß ja nicht wann du eigentlich zurückfahren sollst aber wenn das gar nicht geht dann geht es nicht und aus ende ich meine nur mit schüttelfrost und falala kannst du kein zug fahren wer ich habe wo ich werde ich nicht losgefahren ja aber trotzdem ich denke in lübeck gibt es auch ärzte also es geht mir darum dass du nicht den zug selber fährst ich bin level 3 gelehrter und ja mit irgendwas anfangen mit mit den leeren hoch drei oder so ja so gar nichts ich habe ein punkt braucht vier mindestens schriftrollen um diese uhrzeit dann führt dann fährt den keiner und der nächste icc kommt um 14 uhr ja ich meine ja mit schüttelfrost und das kann ja auch sein dass du dann umfällst also du sitzt ja ja schon aber ich meine jetzt ich weiß nicht wie war hast du wahrscheinlich auch wenn ich näher zu hause so so mein zu ist auch ja gut man ist ja nicht nur deine fahnen also nicht die fahrung für dich selbst aber auch für die ganze war gäste ich weiß nicht ja guck mal der müsste jetzt ein heuriker haben ist nämlich level 5 bergbauer ne äh bergarbeiter der kim ja das erfreut ihn doch sehr damit haben wir das nächste ding erfüllt kumpel beziehung kumpel mit king schicken ist seit ihr schon seit keine ahnung wie viel jahren kumpels und so auch gut kann man machen wir haben jetzt übrigens 52 dinge hier ne also holz das heißt wir könnten jetzt ein schwert mal herstellen und dann können wir ja ich würde gerne zwei dreien oder so die schweine los gehen das war was zu essen kriegen dafür es wäre super aber ja boing boing wie die sich ins bett schmeißen ne boing boing eee schneiderei abgeschlossen sehr schön das heißt wir können hier sind mehr dinge tun eine arztrube können wir jetzt machen und sowas wir haben bis jetzt nicht mehr geschafft stoff vorherzustellen die nasenbären oder ja neun stoff haben wir da zehn bräuchten also wir haben hier baumbolle und stoff da steht aber neun also erst das ist irgendwie verwirrend mit dem stoff und baumbolle er hat der steine er macht das schwer zurecht so gucken wir mal nachgeben ja gute frage ich meine es nur hier ist ja noch angeknatscht wir sollten vielleicht vorher speichern bevor ich versuche schweine zu piksen ich wünsche alle gute und ja jetzt dass sie alle heil ankommen sei mal es sind auch äpfel das heißt weißt du bist ganz fleißig am bäume hacken und so aber die mappel pflanzen so wer ist noch hier am rummeiern er ist ja ja gut steine kloppen kannst du auch noch im winter hier bitte äpfel sammeln danke und bin level 1 handwerker ja moin ach guck mal jetzt mein stoff ja moin jetzt handwerker hier ohne ende oder am handwerker stufe 1 und drei punkte schneidern kann in der schneiderei kleidung und rüstung herstellen das heißt wir können jetzt rüstung herstellen und stoff und stoff also das heißt wir müssen wahrscheinlich erst eine schneiderei irgendwie aufbauen oder sowas und ja jetzt mal gucken wie fern hat alle die funzt in der hinsicht so er geht jetzt baumbolle holen ja gut das war jetzt irgendwie klar das pflanzt baumbolle das kannst du ja noch nicht dass ich wüsste aber kann auch baumbolle anpflanzen obwohl die baumbolle ist auch noch da obwohl es herbst ist ne hätte ich doch ein bisschen länger ja das war jetzt aber warum jetzt quatschen so wieder das war sie nicht fürs quatschen mitzahlen wie viel zeit ja auch jeder fürs quatschen so ja ja die 3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 6 Ja entweder ich bin sie oder Sally. Wobei auch Katzen Omega-3 gut tut, ne? Ich höre und staune. Ja, es gibt auch viel Katzen. Ja, es gibt auch viel Katzen.